Jaja, Grace und sowas ist die Gruppe ins Herzen von Jaja die Artergabe und jetzt ist es spannend von St. Darling und von Esprez wir geniessen die hervorragenden Tiere und warten gespannt und die Zeit in die Richtung bald wird die 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 am heutigen Abend rangieren, obwohl das sind Vierfütter für mich, wirklich Topfütter. Aber schlussendlich hat jede Pflicht noch nicht seine kleineren Vorziehung gegenüber der anderen. Ich möchte jetzt zuerst meine drittrangierte Köhe bekanken, dann die zweitrangierte Köhe und dann die schönen Hütte sein. Die drittrangierte Köhe für mich am heutigen Abend. Ich stehe hier. Herzlichen Gratulation. Das ist ein Hütter, der mit einem Hüttertiefen, ein Hütterballen sehr hoch und gesprungen bleibt. Ein Hütter, der sehr gut verbunden ist in Köhe, mit einem extrem langen Vorhütter, sehr gut in Trösigkeit und fair korrekt in die Sitze. Die anderen zuerst melken die zweite und die erste, die vielleicht in der Hütterbreite und in der Hütterhütte, an ihren Hütten am heutigen Abend nie aussen überlegen. Aber herzliche Gratulation zu diesem Besuch, Brüder. Jetzt werden die zweitrangierte Köhe bekannt gegeben, bei diesem Schönhütter Wetterwerk. Die zweitrangierte Köhe für mich ist das Nummer 28. Das ist ein Hütter. Herzlichen Gratulation. Herzlichen Gratulation. Einmal den Hütter. Sehr hütter. Hütter von sehr hütteren Sprunglenk. Hinten extrem hoch übergewachsen. Sehr breit. Gorkiert mit einem guten Zentralwand. Aber auch ein Vorhütter, der hervorragende Brüchwand verwachsen ist. Euch zu diesem Hütter herzliche Gratulation. Jetzt schlussendlich nur die Schönhütter Champion am heutigen Abend. Und da dürfen ihr ein wenig Klatschen dazu, für am nächsten Tag noch ein guter Team. Applaus Kolleginnen und Kollegen. Seid ihr Gratulation? Schließe Gratulation? Seid ihr Fröhntl? Was sie nachhaltisch zu sagen? Hervorragend, wenn ein verbunden ist in der Köhe. Hervorragend, wenn ein dritte Häfen verläuft. Von vierten und extrem bündelten Euro. Sehr gut für euch, für euch alle, für die vierte rechten Sitz. Die vierte rechten Sitz ist schnell und ist für euch, und eben die Posting, die Nummer von den Zehnungen, ihr bekommt. Alle hier, einzelne Graflationen von den Zufrieden. Große und Leut. Dankeschön. Für euch, für euch, für euch, ist es ja ein Spiel in den Eingang, in der Schotter, in der Schweiz, und in der Almanus-Underwahrts. Herzlichen Graflation und ein fremdlichen Applaus, nochmals. Okay, dann sind wir da hinten gekommen, und wir kommen für ein Bild. Und vom zweiten an, hier hinten, folgt im Schuh-Unden-Wettbewerb, der Jessie Jo, Jolien Föld-Urschritt und Christian Baird aus Flix. Auch Ihnen herzlichen Gratulation, nochmals einen riesigen Applaus. Und von hinten an, er werde ich die Schuh-Unden-Wettbewerb, ist die Ajax-Race von Georg Florin, unser Neues. Okay, Georg, herzlichen Gratulation, wir wollen einen prächtigen Applaus. Dankeschön.